Ich hab'n riesen Deal klar gemacht und jetzt wollen Sie mir dieses Jahr 5% weniger zahlen? Sie sind ersetzbar. Sie sagen so'n Scheiß oft, deshalb hat Brian Peters auch, Sie sind ein Arschloch auf Ihren Parkplatz geschrieben. Was soll der Scheiß denn? Das war vor einem Jahr. Am nächsten Tag hab' ich meine eigene Firma gegründet. Ich hab' nur zwei Angestellte. Einer ist zu alt und einer ist zu jung. Ich war noch nie auf einer Dienstreise. Ich bin voll aufgeregt. Sag bitte nicht deinen vollen Namen. Das könnte den Kunden schwer ablenken. Hallo, ich bin Mike Pancake. Wie war Ihr Nachname? Pancake. Wie das Frühstück? Ist griechisch. Ist lecker? Ja. Wir haben einen riesen Deal an Land gezogen und fliegen nach Deutschland, um das Ding zu besiedeln. Hey, Dan. Leck mich am Arsch. Dieser Deal platzt eventuell. Seid ihr heute zusammengekommen? Ich zuerst und dann Jimmy auf meinem Gesicht, aber danke der Nachfrage. Wieso erzählst du das? Kommt ihr jetzt rein? Ich durfte schon bei Jim rein und komm, aber danke der Nachfrage. Gott, Alter. Willst du mir sagen, wir sind bankrott? Wenn wir den Deal nicht abschließen. Wenn man's als Kleider mit dem Russen aufnehmen will. Ihr wollt euch mit mir und Dynamic Systems anlegen? Wir machen euch fertig. Dann lautet die erste Regel, der Kunde muss Spaß haben. Hier, es wird gesoffen! Snooplein, gibst du das Ding mal weiter? Wirf schon, du Muschi! Was, was ist passiert? Und die zweite Regel? Hallo, ich muss zu einem Mieter. Ich hab die Absperrung! Vergiss alle anderen Regeln. Alles okay, Dan? Ich weine nicht. Ich hab nur Tränengast in den Augen. Wenn wir diesen Deal abschließen, möchte ich eine Frau vögeln. Schubkarrenstellung. Wie geht denn die Schubkarre? Stehend und man hält die Beine des anderen. Fühlt sich das gut an? Nein. Vielleicht versuchen wir es doch einfach normal. Meine Eier tun ein bisschen weh. Ich verliere das Vertrauen ins Team. Big Business. Scheiße! Ich bin der Nächste auf der Upgrade-Liste. Ich würde Ihnen meinen Platz geben, aber ich hab noch nie ein Upgrade bekommen. Ist schon okay. Danke, dass Sie unserem Land dienen. Es ist eine Ehre, vor Ihnen zu sitzen. Hier, bitte. Sie sollen den Platz haben.